So und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Repples hier mit Unterstützung vom Stormvogel. Kannst dich ja mal melden. Hallo. Genau. Und wir wollen heute mal, wir haben diskutiert, was machen wir denn? Ich denke mal wir machen heute mal hier an keinen See eine Farmrunde kurze. So ein, zwei Folgen, mal gucken. Ist mal nur... Wollen wir sterben? Nö, kriegen wir ihn. Ich will nur ganz kurz, jetzt mal testen. Na mal ganz kurz. Ui, das gefällt mir ganz gut. Okay. Na, von den Bienen her. Passt alles. Dann super. Wenn die Biene auf die Fresse kriegt, so auf gut Deutsch gesagt, sagst du Bescheid, ne? Ja, ich glaube, ich mache sogar mehr Schaden als ich. Ja, weil das kann ja schneller passieren, als man lieb ist. Ja, ja, die macht schon mehr Schaden als ich. Das ist lustig. Aber das klappt gut bisher, ja? Hm. Äh, hast du so einen AOE-Skill? Äh, habe ich, aber der macht nicht so viel Schaden wie... Ah, stimmt, 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 stimmt. Ja. Kälteblitz. Hm. Ja, und Schädelklappe hat bei mir nicht so viel rein. Ich hätte hier, äh, diese Regenbogen da, aber... Aber der finde ich, den Skit finde ich cool. Ich wollte hier sowieso mal privat hingehen und mal ein bisschen leveln, weil ich habe gehört, hier droppt, wie du schon gesagt hast, das droppt hier ganz gut. Mhm. Aber, äh, noch nie dazu gekommen bisher. Hm. Man merkt doch noch deutlich, dass mein Dino immer noch in der Farm ist, weil ich habe immer noch Mana-Probleme. Aber wenn ich den draußen habe, habe ich so gut wie gar nichts. Ich habe den letztens ausprobiert. Mein... Ist das mein Oster oder was? Ne, mein Dino. Ach so. Der hat HP-MP-Toggle. Ah, okay. Und damit, äh, geht das wesentlich einfacher, weil ich dann fast keine Mana-Probleme habe. Okay. Hast du den selber geteamt, den Ushrei, oder...? Ne, ne, habe ich getauscht. Ah, okay. Ne, ich hatte meinen Ra, aber den hatte ich, kann man sagen. Ja. Na, soll so sein. Boah, ich muss gleich machen. Meine Boxen öffnen, meine Chips-Boxen hier. Ich habe keine Chips mehr dabei sonst. Äh, Sekunde, 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 Sekunde. Ne, ich habe ja. Ich habe ja. Na, ich kann so einen anderen Chip reintun. Dann habe ich noch welche da. Was ist das? Ja, habe ich auch, aber die lohnt sich jetzt nicht unbedingt, weil, wie gesagt, es ist ja keine Stunde. Hm. Du musst unbedingt mehr meinen Kreaturmeister oder so. hochziehen. Die Biene macht einiges Schaden. Ja. Ja, ist ja auch, äh, Schnellfeuer, ne? Die sind ja eigentlich ganz gut. Ich finde schon ein bisschen, die sind so overpowered. Ja, also im, äh, PvP oder im PK-Modus, klar. Ja, da sind, da sind manche Leute mit One-Hit-Down. Ja. Da sind viele mit One-Hit-Down, also... Da die ja auch verdammt viel Schaden machen, wenn du da ein gutes Equipper, der ja Biene oder Frosch oder was auch immer hast. Ja, das ist jetzt das beste Equip, was ich hier von einem SF-Pettel habe. Okay. Wer er hatte. Okay, ich hab schon mal mehr Schaden gemacht, kann man gleich sagen. Ich bin noch dabei, äh, mich, äh, zu verbessern vom Schaden her und vom Leben und vom Marne und so alles. Ich hab mir jetzt erst mal, äh, die, eine Rüstung neu gegönnt, die MC-Rüstung, und bin jetzt dabei, dann demnächst meine, mein Gürtelslot auf, äh, Slot 5 und 6 zu machen. Ja, ich hatte vor kurzem einen 6-Lot, hab ich ja auch getauscht. Ist die, ist der Stab plus 20? Ähm, ne, plus 15. Hm. Na, meine Stiefel plus 10 plus 16, ja, hab ich selber zu seinem Gürtel plus. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ob sich das bei mir jetzt noch lohnt, äh, Stab plus 20 zu machen und einen dämonischen Beißen zu holen am besten, weil es sind ja nur noch 5 Level, in Anführungsstrichen, ne? Ja, die kann lange dauern. Ja, das stimmt. Das hat mich zum Umbringen gebracht, teilweise. Ja, vielleicht hole ich mir mal einer, wenn einer günstig ist, haha. So, jetzt, jetzt hab ich grad ein bisschen was verpalt mit dem Kopfhörer. Naja, passiert mal. Ne, das kann bei mir öfters passieren. Okay. Yo, wir werden hier pickard. Juhu! Oh, oh. Von wo? Von dem White Lord da. Oh, oh. Game over. Ja, ich könnte jetzt eine Flasche der guten Fee machen, aber, äh, ne. Böse, böse, böse. Boah, braucht der lange, ey. Bin ich sauer. Der kommt auf meine Blockierliste. Äh, der wird jetzt auf meine PK-Liste gesetzt. Hahaha. Ne, aber der braucht echt ganz schön lange, wenn du dir das nochmal anguckst, oder? Ey, alter Schwede. Bogenschütze sollte nochmal viel schneller sein, ey. Meine Fresse. Oh, nein. Watt denn? Ich hab ja stetigen gedrückt. Was wolltest du denn machen? Äh, keine Ahnung. Wo liegen wir warten? Muss doch eh in der Stadt. Ne, gehen wir nochmal hin, wa? Ja. Wie lange hast du jetzt eigentlich vor, den Part zu machen? Ja, so 15 Minuten immer. So wie andere Folgen auch. Und dann halt plus minus 5 Minuten, je nachdem, ob man noch was erzählen hat, oder, ne. Hm. Es war gefährlich, nach Labyrinthia zu teleportieren, aber, naja, machen wir einfach mal. So, muss ich schauen, ob ich wieder Geld hab? Ja. So, ich stehe hier bei Labyrinthia. Und falls der gleich nochmal kommt, oder so, versuchen wir ihn umzunutzen. Normalerweise sollte Kälteblitz eigentlich reichen, der macht so 10.000 Schaden im PvP. Wee. Du meinst 100.000, oder? Ne, 10.000. 10.000? Hä? Nur 10.000. Ja, was heißt nur, ist PvP. Wird ja geteilt, der Schaden, ne. Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Äh. Hol mal Pad raus. Sekunde. Ich hab nur kurz was draufgelegt, auf das Pad. Okay. Oh, waff ich das jetzt auch nochmal. Wenn du ihn siehst, mach schnell Feuer. Wenn er trifft, dein Pad. Ich weiß jetzt nicht, was für Level der hatte. Aber wenn der hier rumkloppt, müsste der in dem gleichen Levelbereich sein. Ja. Könnte den eigentlich alpen. Könntest du auch machen, ja. Ah, jetzt weiß ich, wie er war. Jetzt will ich ja auf mein Skittleset ja noch drinnen. Ah, toll. Jetzt geh ich gleich drauf, weil ich abgelenkt bin. Ich guck die ganze Zeit hier, ob, äh, der Typ hier irgendwo ist. Hahaha. Okay, weiß ich Bescheid. So, naja, ich kann mir bald wieder mein neues Mikrofon anschaffen. Okay. Jetzt taucht nix mehr. Ja, ich könnte auch mal bald ein neues Headset gebrauchen, aber meins ist eigentlich noch ein Takt. Ich könnte nur ein besseres gebrauchen. Ja, ich hab's letztens verrückt gemacht. Okay. Und rüber gestolpert. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ich seh'n. Alp, 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 kommt schon. Autsch. Äh, so'n Arsch. Es leckt, es leckt, es hat geleckt. Warum bin ich denn auf einmal bei Ihnen? Es leckt. Ohne Scheiß. Ich könnte kotzen. Ich feiere jetzt noch Kälteblitz drauf. Autsch. So, das war er. Haha. Gewonnen. Gewonnen. Meinst du, der kommt wieder? Wahrscheinlich. Mit einem größeren Job. Ja, ich hatte eben einen verdammten Leck. Das kann man hinterher auch im Video sehen. Ich war auch plötzlich einmal bei ihm. Und das hat, weiß ich nicht. Zwei, drei Sekunden konnte ich eben nichts machen. So'n Scheiß, ey. Aber Kälteblitz ist doch gegen den gut. Ist halt böse. Der hat Stoßpfeil bei mir gemacht. So, können wir hier mal weitermachen. Ich hoffe, der kommt nicht wieder. Wir können auch, wenn du willst, mal weiter nach hinten in der Insel gehen, dass der uns hier nicht über den Weg läuft. Wie du willst. Ja, dann komm mal mit hier hinten hin. Dann gehen wir hier hinten mal ein bisschen durch. Ich renne einfach mal vor. Die lassen ja hoffentlich gleich nach. Oh, hier müssen wir nur ein paar suchen, wo viele sind. Und dann klappt das schon. Und stehen wir vielleicht auch ein bisschen sicherer. Ja, hier. Da hinter dir ist noch eins. Ja, ich sehe ihn. Lass hauptsächlich eigentlich die Biene arbeiten. Okay. Das ist auch so ein Dekoset, wie du. Achso. Das ist aber schweineteuer. Das Weihnachtskostüm meinst du? Oder generell Deko? Ja, Weihnachtskostüm. Achso, das ist, ja. Die Rüstung davon habe ich gesehen. Letztens im Auktionshaus für 1,5 bis 2 Milliarden. Ich weiß zwar nicht, warum. Vielleicht, weil es einfach nur toll aussieht. Ja, und der Umhang für... Warte mal, was war das? 1 Milliarden. Da sehe ich ja schon fast flügig. Äh, es war sinnvoll, wenn du dich heilen würdest. Oh, es passt schon. Also. Dann hat er gleich auch noch zusätzlich. Ich habe vorhin Prozente verloren. Das heißt, der letzte Schlag muss ein Monster gehabt haben. Mist. Sehe ich gerade jetzt erst. Ich hatte vorher 2%. Jetzt habe ich noch 1,51. Ich habe 1,12. Muss mal wieder ein UG. Wie gesagt. Oh, oh. Oh, soll ich heilen? Ja, aber dann kriegst du auch du Schaden. Aber das ist ja auch blöd. Ja, ich kann rote Tränke trinken. Okay. Ja, ist nicht schlecht. Lebenssauber. Und so habe ich mir voll gehalten. Mit 13.890 HP habe ich wieder dazu genommen. Lass mal wieder ein Stück zurück, denn da sind 151er Monster. Sind zu klein. Böse Monster. Hast du schon was Gutes gekraut? Hauptsache, ich habe schon gekraut. Oh, gucken wir mal. Zwei Neujahrswundertüten. Und das war es auch. Muss jetzt, glaube ich, sein. Nein. Sondern, dass gleich die Internetverbindung abkackt. Mach Scheiße. Okay. Naja, wir haben auch die erste Folge schon rum. Das heißt, ich beende die jetzt hier mal. Und werde gleich die zweite starten, wenn es hier recht ist. Und falls die Verbindung... Hä? Ist, äh... Ist es so schlecht. Weil ich jetzt noch kurz was machen muss. Achso, also keine zweite Runde. Folge. Leider nein. Okay, ne, ist ja doch kein Ding. Aber... Warst einmal dabei. Ja. Und, äh... Wenn du nochmal möchtest, jederzeit wieder gerne. Wie gesagt, momentan ist halt Terminkalender... Das sage ich auch in der Folge nochmal. Falls auch andere wollen. Der Terminkalender ist halt momentan bei mir recht voll, da viele auch in der Aufnahme sein möchten, beziehungsweise mal mit mir losziehen möchten. Okay. Ich bedanke mich nochmal. Nö, keine Ursache. Ich muss mich bedanken. Echt? Ja. Hm, okay. Gut, wie gesagt, ich bedanke mich und, äh, man sieht sich vielleicht mal wieder. Ne? Ja. Ja, bestimmt. Alles klar. Tschüss. Okay, tschü. Tschüss.